Der Weg, authentisch zu werden, war eigentlich nicht reflektiert oder nicht gesucht, sondern total natürlich. Und ich würde mal sagen, dadurch, dass man den Kontakt mit sich hat, durch die Meditation. Also du hast Ende der 60er Jahre die TM, Transparentale Meditation, gelernt und hast es dann auch über die ganzen Jahre, Jahrzehnte hinweg regelmäßig praktiziert. Das fing also gegen 80 an, weil da so die Sachen interessanter wurden, ein bisschen. 80, 85. Also du machst das zweimal am Tag, morgens und abends? Ja, ja, morgens und abends. Dadurch, dass man zweimal am Tag, was anderen Leuten eben nicht passiert, mit sich selbst in Berührung kommt, so wird man einfach immer mehr man selber, weil das ist doch irgendwie klar, so einfach. Man kommt mit sich selbst in Berührung und dann ist doch logisch, dass das einen Effekt hat. Und damit wird man immer mehr man selber. Man wird man selber, und das ist ein anderes Wort für Authentik. Wir reden jetzt darüber, was man mit der Authentizität macht, wo das hinführt. Man sagt dann nicht, okay, toll, amerikanische Vogue. Ich mache jetzt einfach alles, um für die zu arbeiten. Sondern Authentizität heißt, du weißt, warum du nicht für die arbeiten kannst. Weil du weißt, dass du scheiß Fotos machen wirst. Und die Leute fragen mich jetzt, das war 1988, hör mal, wieso arbeitest du nicht für unser Heft? Das war die amerikanische Vogue damals. Wir sind das beste Heft auf der Welt. Und du sagst nein zu uns, das kann einfach nicht wahr sein. Was ist da los? Also die sind auf dich zugekommen und wollten, dass du mit denen arbeitest und du hast es abgelehnt. Das war damals, die amerikanische Vogue rief an, das war 1988, Mr. Liebermann, so was wie der Papst damals, der Kreativdirektor von Condé Nast. Und ein ganz toller Mann. Und der sagte, hör mal, kleine, meine Redakteurin erzählen mir, dass du einfach nicht nach Amerika kommst und vor uns arbeitest, wenn du dich fragen. Komm doch mal nach Amerika, ich weiß nicht, mit dir darüber reden. Dann bin ich nach New York und habe in seinem Büro gesessen, mit ein bisschen zitternden Knien, aber trotzdem wild entschlossen, nicht klein zu geben. Und dann hat er gesagt, what is the problem? Und ich habe mein Herz zusammengenommen und habe gesagt, Herr Liebermann, ich weiß, dass die amerikanische Vogue einfach ein unglaubliches Heft ist, aber ich kann das einfach nicht machen. Und dann sagt er, ja, aber warum denn? Ich sage, ich kann diese Frauen nicht fotografieren. Wie, meinte er, wie diese, ja. Ich sage, die Frauen, die die amerikanische Vogue in ihrem Heft zeigt, ich kann das nicht. Diese Handtaschen, diese Hunde und diese dicken Autos und diese tollen Appartements der Fiefs Avenue. Ich kann das nicht, ja. Ich könnte es ja versuchen, aber das würde nichts nutzen, weil irgendwas nicht fühlt, kann man es auch nicht fotografieren. Und da war also er und die Chefredakteurin vor Anna Wintour, die Grace Mirabella, die war da, und die stand sofort auf und ging weg, war beleidigt. Und er sagte, hm, so, warum nimmst du denn wenn ich mal eine Maler Redakteurin, nimmst du, wen du willst, und du fährst dahin, wo du willst, die Welt steht dir für offen, und kommst zurück mit einer Serie und zeigst mir, wie diese Frau aussieht. Da habe ich mir ein paar Mädels zusammengesucht, zum allerersten Mal. Ataliana, Christi Turlington, Linda Vangelista, Carol Alexander, quasi die ganze Truppe. Und habe die fotografiert, zu der Redakteurin gesagt, es geht nicht um Mode. Das war natürlich total falsch verstanden, als naiver. Es geht nicht um Mode, es geht nur um die Models. Ich suche die Models aus, mach keine Sorgen, ich bringe alles mit. Und dann haben wir die Fotos gemacht und ich habe die mit weißen Hemden am Strand fotografiert. Er kam zurück, nur ein Beispiel, wohin Authentizität, wie sagt das in Deutsch jetzt? Authentizität. Authentizität. Wohin das führt, und dass man unbedingt diesen Punkt braucht. Und wenn man einmal da angekommen ist, nie mehr davon weg wird. Ich hatte ja das große Glück, in meinem Leben lange Zeit mit Maharishi verbringen zu können, der die transzendentale Meditation ja in den Westen gebracht hat. Und er hat mir mal in einem persönlichen Gespräch einen Satz gesagt, den ich mir auch zu meinem Motto gemacht habe. Und der genau in diese Richtung geht. Er hat zu mir gesagt, never base your life on the opinion of other people. Baue dein Leben nie auf der Meinung anderer Menschen auf. Sondern stehe zu dem, was du eigentlich willst. Und das ist diese Authentizität. Und du bist nicht eingeknickt vor dem Liebermann. Ja, gar nicht. Sondern du hast einfach deine Sache durchgezogen. Ich habe auch keine Helm. Ich konnte nicht anders. Genau. Aber das war ja wahrscheinlich noch nicht eine Zeit, wo dir die Welt zu Füßen lag. In Europa schon, aber nicht da. Okay. Um eben das zu machen, musst du eben an dem Punkt sein, zu wissen, wer du bist. Keiner braucht mehr zu sagen, das ist gut oder das ist langweilig oder das ist toll oder das ist nicht toll. Keiner. Und die Leute machen das oft, natürlich. Und ich höre überhaupt gar nicht zu. Boah, Peter, that's the greatest thing I've ever seen. Peter, das ist so unglaublich. Du hast so lange gemacht das. Und ich weiß genau, das ist wie ein billiges Effekt, haschendes Ding, was überhaupt keinen Wert hat. Also das war ja immer der amerikanischen Vogue, da können wir vielleicht noch erst ein bisschen weitermachen. Und dann die amerikanische Vogue, da bin ich losgezogen, nach Los Angeles gefahren, an den Beach. Ich habe diese Fotos gemacht mit den weißen Hemden. Und dann habe ich die Fotos gemacht und bin zurückgekommen und ich dachte, ich hätte einen Scherz gemacht oder was. Ich habe gesagt, guck mal her, das ist the woman I like. Und die waren so. Was sollen wir denn damit machen? Ich habe gesagt, das weiß ich ja nicht. So frau natürlich mag ich, ne? Also finde ich toll. Da bin ich begeistert, wenn diese sowas, ne? Und ein bisschen rumgestottert. Und dann haben sie gesagt, ja vielen Dank. Dann haben sie den in die Schublade geschmissen. Und sie haben gesagt, thank you very much, young man. Der hat nur Geld genug, sowas können einfach Papierkorps schmeißen. Und dann ist Chris Mirabella, die Redakteurin, die Chefredakteurin da. Sechs Monate später. Das hatte nichts damit zu tun. Wurde dargelegt auf aufzuhören. Und dann kam Anna Winter dahin, hat mich angerufen und hat gesagt, ich habe die Fotos gesehen von der. Wir kannten uns, ne? Und ich hätte ihr 20 Seiten gegeben und ein Cover mit den Fotos, die die Papierkorps geschmissen haben. So, dann habe ich ihren ersten Cover gemacht, ne? Also ihr wirklich den ersten Cover, der nicht mit den Fotos gemacht war, sondern mit den anderen Fotos. Und das war eine ehrsinnige Revolution. Nicht wegen den Fotos. Das Foto war einfach ein Foto. Aber dass die das genommen hat für ein Cover. Und die hat dann nach 15 Jahren Avedon, ne? Also diesen wunderschönen, oberretuschierten Köpfen mit Turban, Goldring, Mackie ist perfekt und so, ne? Alles so gut. Das waren tolle Covers am Anfang. Und hat das weggeschmissen. Und hat ein anderes Fotos aufgetan. Also ein Mädchen in Couture-Top. Mit ein bisschen Bauch auf, offen und Jeans drunter und abgeschnitten hier, ne? Also vollkommen undenkbar, ne? Und das war so ein Schock, ne? Sich so da reinzukommen und zu sagen, Anna Winter, that's me. So, das ist wirklich irre gewesen, dass sie das gemacht hat. Ganz toll. Hat eine neue Zeit eingeläutet, ne? Und diese Fotos mit dem weißen Hemd. Hm. Ich hab es hier. Guck mal, das ist aber jetzt Zufall, ne? Nicht präpariert oder so. Ich hab es hier. Das große Buch, 100 Jahre, also Vogue. Sonder Vogue. Amerikanische Vogue, na nur. On the edge, ne? Und das hat in dem, in seinem Anfang, die ersten Seiten, hat es über jede Dekade eine Doppelseite. die jetzt dargestellt wurde als das wichtigste Foto der Dekade, ne? Most influential pictures of the 80's. Was das Picture of the Head, was sie zwei Jahre vorhin bei Pickup geschrieben haben. Das ist nicht interessant? Und dann, um das noch ganz voll zu machen, hab ich dann auch noch die 90er Jahre mitgekriegt. Äh, äh, aber, aber witzig, ne? Mhm. Das war die weißen Chirts. Dann zwei Jahre später fragte ich die englische Vogue nach einem Cover für Januar 90, und dann haben sie mir gesagt, wir wollen, dass du, äh, uns ein Cover machst, was wie eine Vorschau auf die 90er Jahre ist. Und das war das Cover mit den Supermodels, ähm, ähm, in der perfekten Gruppe. Das war das da, ne? Mhm. Und, äh, äh, ja, und das hat die 90er Jahre, hat jedes andere Gesicht vom, aus dem Magazin weggefegt, danach, ne? Da gab's nur noch die, ne? Das war wirklich phänomenal. Und das waren die sogenannten Supermodels. Das waren die Supermodels. Und dann, the image became the birth certificate of the Supermodels. Und dann danach haben die dann das hier getan. Mhm. Aber irgendwann, ne? Guck mal, 20.000 Likes. Und das, äh, Tag danach 51.000 waren wir, ne? Mhm. Das kann natürlich nur passieren, wenn du, wenn du diese Authentizität hast, weil du dann was machen kannst, was wirklich Bestand hat, weil es auch eine Erfindung war und zu irgendwas stand, was es vorher gegeben hat und eine Veränderung veranlasst hatten. Weil, äh, wenn es keine Veränderung veranlasst, deine Arbeit, ja, dann ist es irgendwie sinnlos. Aber so mit 23 war der Moment, wo du dich dafür interessiert hast, für Meditation auch? Ja. Da hab ich eingeführt worden. Da haben wir nur 100 Mark bezahlt oder was das war. War unverschämt viel Geld damals, ne? Also das hat richtig gezuckt. Ich hatte, glaub ich, 280 Mark, Hone von Modelle hieß das, im Monat. Und davon hat sich der TM-Lehrer 100 eingesteckt oder 120. Aber ich mein, ich kann auch sehr gut verstehen, dass so Systeme, die müssen doch überleben, ne? Und die können... Ja, der TM-Lehrer musste sich ja auch was zu essen kaufen. Genau. Du musst dafür bezahlen, weil die Leute, die das Wissen haben, und die müssen so drei Tage geben von ihrer Zeit und so weiter und so weiter. Und da muss man was für bezahlen. Das ist doch ganz normal. Und wenn dir das zu viel ist, dann mach es doch einfach nicht, ne? Das ist aus dem Film haben wir gedreht, ja. Der einzige Film, den schon super und es gibt.